So, herzlich willkommen hier zu einem kleinen Info-Video. Ich möchte euch nun aufklären, warum ich wochenlang nichts mehr hochgeladen habe. Es geht darum, ich bin deprimiert. Wie gesagt, ich war deprimiert wegen meinem alten Schrott-Laptop. Ich glaube, ihr kennt die Probleme zwecks meinem Laptop. Das merkt man auch an den pausierten Poké-MMO-Let's-Play, was ich und Edith mache. Deshalb habe ich mich mal zurückgezogen und habe mal nachgedacht, wie ich sozusagen was Neues. Man kann also einen Neuanfang starten kann. Nicht nur Neustart, sondern einen Neustart, der wohl niemals enden wird. Also so gut wie niemals, solange ich halt Bock habe. Das geht nicht nur mir, das geht auch allen anderen Let's-Playern. Ich habe sehr viel auf Pedo. Nicht so viele. Nein. Es geht darum, ich habe mir einen neuen Gamer-Pizze gekauft. Für die Leute, die, wo ich das schon erzählt habe, bitte nichts dazu schreiben. Denn das soll eine Überraschung an meinen Abonnenten werden. Nichts gegen euch, aber... Die sollen halt ein bisschen noch zappeln. Und ich habe mir gedacht, wenn ich dann mir einen neuen Rechner hole, dann hole ich mir gleich mal einen neuen Bildschirm und vielleicht noch ein neues Headset. So, gekauft alles, kommt alles, dann ballt irgendwann an. Außer dem Bildschirm ist er schon da. Was ich mir überlegt habe zum Let's-Playern... Nein. Kein Pokémon. Außer das mit Edit, das ist eine Ausnahme. Nur puren Wodka. Nein. Ich spiele mit euch... Spiele. Die, wo eigentlich, ja... Wie soll ich sagen? Pokémon wurde öfters gespielt, also die Let's-Play, die... bald starten werde. Wann ist nur umbekannt? Ich werde ein Trailer-Video machen zu den genannten Let's-Play-Videos. Das werden nicht die einzigen bleiben, das kann ich euch schon mal versprechen. Ja. Ich habe große Vorhung mit euch. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin da und unterstützt mich. Denn... Ich bin gewappnet, ich hoffe, ihr auch irgendwie irgendwann und würde mich freuen, dass ihr mir einen Kommentar hinlassen würdet. Ein Daumen nach oben, wenn ihr möchtet. Ich kann ja auch schon vorab sagen, also nicht, was es für ein Genre ist, aber... Was ich eventuell auch nebenbei starten werde, ist Minecraft. Zagen wir mal so, mit diesem PC, es ist möglich. Es ist auch möglich, mit Shader-Mod zu zocken. So, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oder schönen Tag. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video anschaut. Ich möchte euch nur noch sagen... Bis dahin. Ciao.